So einfach gelingt das perfekte Juicebox Getränk. In diesem Video zeigen wir dir, wie du die verschiedenen Juicebox Sirupe am besten verwenden und damit das perfekte Getränk zubereiten kannst. Zuerst solltest du sicherstellen, dass du alle notwendigen Utensilien zur Hand hast. Du benötigst ein Glas oder einen Krug, Wasser und natürlich einen Juicebox Sirup deiner Wahl. Um das beste Geschmackserlebnis zu erzielen, ist es wichtig, das Mischungsverhältnis richtig zu dosieren. Juicebox Light sollte im Verhältnis 1 zu 19 bis 1 zu 25 mit Wasser verdünnt werden, während Juicebox Regular im Verhältnis 1 zu 6 bis 1 zu 10 verdünnt werden sollte. Gieße den Sirup in das Glas und fülle dann das Wasser hinzu. Rüchle die Mischung gut um, um sicherzustellen, dass sich der Sirup gleichmäßig verteilt. Nun kannst du das Getränk nach Belieben genießen. Gib Eiswäfel hinzu oder garniere das Getränk mit frischen Früchten. Lass deiner Kreativität freien Lauf und kriege dein eigenes einzigartiges Getränk mit Juicebox, die Dosierung hängt natürlich auch von der gewünschten Stärke des Getränkes ab. Wenn du ein schwächeres Getränk bevorzugst, verwende einfach weniger Sirup. Wenn du ein stärkeres Mischverhältnis bevorzugst, gib einfach mehr Sirup hinzu. Achte auf jeden Fall auf das beempfohlene Mischverhältnis, um das beste Geschmackserlebnis zu erzielen. Juicebox Sirupe sind übrigens nicht mehr für Getränke geeignet. Du kannst unseren Sirup auch als Zutat in Desserts und anderen Gerichten verwenden. Schau dazu in unserem E-Book Sweet Treats, um inspirierende Rezepte dir zu finden. Wir hoffen, dass dir dieses Video geholfen hat, das perfekte Juicebox Getränk zu kreieren. Genieß es!